Kinder sind ein Geschenk, aber ein Wellnessgutschein hätt's auch getan. Von Sabine Bode. Es liest Tanja Fornaro. Das geht raus an alle Eltern. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Hörbuch. Was es Ihnen bringen wird? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Wenn Sie Ihr Leben verändern wollen, dann hören Sie einen dieser hippen Ratgeber, Darm mit Charme oder Filz für die Milz oder auch Nieren mit Schlieren. Wenn Sie Mutter oder Vater sind und dieses Hörbuch selbst ausgewählt haben, dann haben Sie es wahrscheinlich einfach so angeklickt. Wenn man schon mal Zeit für sich hat und sei es nur in der Bahn, im Auto oder im Wartezimmer, dann will man ja auch mal was Unterhaltsames hören. Vielleicht haben Sie es auch geschenkt bekommen. Von guten Freunden, die meinen, dass sie dringend mal ein bisschen Aufmunterung gebrauchen könnten, weil sie seit der Geburt der nöligen Nachkommenschaft anscheinend kaum noch Spaß am Leben haben. Diese Leute sind natürlich die längste Zeit ihre Freunde gewesen. Es sind dieselben, die einen in einer depressiven Phase überreden wollen, doch mal auf ein Konzert von The Cure zu gehen. Sie können sich rächen, indem Sie ihnen auch mal was Fieses schenken. Etwa Inka Bauses Autobiografie, Schmalz auf unsere Haut, Arnold Schwarzeneggers Kinderbuch, Conan, der Baba-Papa oder einen Dekofrosch in Yoga-Pose. Oder aber, hey, ertappt! Sie hören gerade die Hörprobe an, weil sie erst mal wissen wollen, ob dieses Hörbuch was taugt, weil sie ja ein kritischer Konsument sind. Allerdings gehören sie dann nicht zur Zielgruppe der dauergestressten Erziehungsversager, die zwischen Zwieback und Zalando hin und her hecheln und für solche Luxuspausen gar keine Zeit haben. Wie auch immer sie zu diesem Hörbuch gekommen sind, eins vorweg, es wird ihnen nicht viele neue Perspektiven aufzeigen, denn mal ehrlich, für uns Eltern ist der Zug doch eh abgefahren. Wir sind die, die immer ein bisschen Haferbrei auf der Schulter haben, die nie zurückrufen und immer sagen, ja, wo ist er denn? Auch wenn die Antwort darauf klar ist. Mutter, ich liege hier bei 38 Grad im Schatten in einer nassen No-Name-Winde, weil du mich vor genau vier Stunden dorthin gelegt hast und jetzt fragst du mich allen Ernstes, wo ich bin? Wir haben keine Zeit für Freunde, Hobbys und Körperreinigung. Wenn wir im Bett eine wiederkehrende Fantasie haben, dann heißt sie schlafen. Und das Tablet, für das wir immer noch kein Jugendschutzprogramm eingerichtet haben, finden wir im Kühlschrank neben der Butter. Wenn sie dieses Hörbuch trotzdem hören möchten, dann teilen sie sich dieses Projekt am besten in kleine Schritte ein. Man muss sich überschaubare Ziele setzen. Sie kennen das vielleicht aus der Therapie. Vielleicht schaffen sie es beim ersten Mal bis Track 5. Und wenn sie dann in vier bis sieben Jahren weiterhören, wird sich vielleicht ein Hauch von Schmunzeln über ihr schmerzverzerrtes Gesicht legen und sie werden sagen, Mist, jetzt habe ich es mit der allerletzten Kraft meines ausgemergelten Körpers bis zum Ende geschafft. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich mit meinem verwirkten Leben anfangen soll, aber ach, es ist schön zu wissen, andere wissen es auch nicht. Also tun sie einfach mal was total Verrücktes. Sagen sie ihrem Kind, dass es ruhig ohne Mütze rausgehen kann. Machen sie sich beim Spielen von Tempo kleine Schnecke vor Spannung in die Hose. Oder hören sie dieses Hörbuch. Aber damit es hinterher keine Beschwerden gibt, sollte ich im Folgenden jemanden beleidigen, verleubnen oder durch ein kakaohaltiges Getränk ziehen, das Spuren von Nüssen enthalten kann, dann möchte ich hiermit ganz klar betonen, ich war das nicht. Das war die Bonita Florida von nebenan. Wohl. Schnelltest. Was seid ihr denn für Eltern? Sie wollen jetzt allen Ernstes ein Hörbuch hören, statt ihrem Kind die Lateinvokabeln in die Butterbrotdose zu ritzen oder endlich die Petition gegen den Einsatz von Weißmehl in der Schulkantine zu unterzeichnen? Ja, was für Eltern sind sie eigentlich? Finden sie es heraus. Die Ambitionierten. Besondere Merkmale? Mitglied in der Elterninitiative Abbey in sechs Jahren. Besuch der bilingualen Krabbegruppe Little Devils. Belebte Vornamen? Albert Alfred Amadeus. Kinderzimmerausstattung? Teststation zur Schmelztemperatur von Transformerfiguren in der Forscherecke. Billiregal mit der gesamten Enzyklopädie Britannica. Lieblingsurlaubsziel? Spielplatz hinter dem Massachusetts Institute of Technology. Schönster Moment? Als Isaac den Wettbewerb Jugend forscht gewann, mit einem Vorschlag zur Umfunktionierung der Region um Fukushima als Jochen Schweitzer Wellness Resort. Klingelton? Beethovens fünfte Symphonie. Typischer Satz? Du hast schon wieder auf der pentatonischen Holzflöte pusten. Setzen ausgekämmte Nissen zur artgerechten Haltung im Freiland aus. Beliebte Vornamen? Walburger, Krimhild, Jolante. Kinderzimmerausstattung? Weidenkörbchen mit Hanffutter als Schlafecke, Barbiepuppen aus Holzstöcken mit Basthaaren und Filzbikini. Lieblingsurlaubsziel? Garten hinterm Haus. Beste Ökobilanz. Schönster Moment? Als wir trotz der selbstgebastelten Verhütertütchen aus Märchenwolle schwanger wurden. Klingelton? Gänsehaut. Karl der Käfer. Typischer Satz? Ihhh, an dem Kaffee klebt das Blut kolumbianischer Waisenkinder. Die Quartz-Vier-Eltern. Besondere Merkmale? Können einhändig Windeln wechseln, die andere handkreist derweil überm Aschenbecher. Beliebte Vornamen? Cheyenne Melody, Cody, Sydney Savanna. Kinderzimmerausstattung? Durchdachtes Farbkonzept in beige und Creme mit raffinierter Stäubesandoptik. Verkehrsteppich von Pocodomene mit Brandflecken. Original Pappaufsteller vom HB-Männchen. Lieblingsurlaubsziel? Marlboro Country. Schönster Moment? Als die Kinder unterm Weihnachtsbaum riefen, boah krass alter, ne 1a Dunstabzugshaube. Klingelton? Deep purple, smoke on the water. Typischer Satz? Wer nicht raucht, ist feige. Die Helikoptereltern. Besondere Merkmale? Lichtschutzfaktor 40 bis November. Neonwarnwesten auch im Hochsommer. Klassenpflegeschaftsvorsitzende und Stellvertreter in einem. Beliebte Vornamen? Lennart, Karl, Mia Sophie. Kinderzimmerausstattung? Überwachungskameras in der Playmore-Ecke und überm Bettchen. Feuerlöscher, Rauch- und Rotzmelder. Lieblingsurlaubsort? Alcatraz. Schönster Moment? Als das Iris-Scannersystem für alle registrierten Spielkameraden an der Haustür fachgerecht installiert war. Klingelton? Nicole, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Typischer Satz? Hast du Handschuhe, Mütze, Schall, Versicherungskarte? Es ist ein weiter Weg bis zur Mülltonne. Die Kumpeleltern. Besondere Merkmale? Finden es total wichtig, dass jeder irgendwie ein Stück Kind bleibt. Beliebte Vornamen? Michel Astrid Madita. Kinderzimmerausstattung? Selbstgebaute Villa Kunterbunt aus Kiefernholz. Vier mal acht Meter Wandfläche zur freien Gestaltung mit Alnatura-Schokolusscreme. Schwenkbares Piratenfernrohr mit direkter Fokussierung auf die Wohnküche von Familie Settergren, wo man prima Einrichtungstipps für den Scandink-Living-Look abgreifen kann. Lieblingsurlaubsziel? Lummerland, Kirin Island, Saltkrokan. Schönster Moment? Als Tjauwen das erste Mal sagte, du, ich finde es irgendwie nicht okay, dass ihr abends so politscheiße guckt. Lass doch mal gucken, was so auf YouPorn läuft. Klingelton, Queen. Friends will be friends. Typischer Satz? Du bist ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Wie wir uns schon vor der Geburt verrückt machen lassen. Schön schwanger? Scheiß drauf. Manche Frauen merken es daran, dass sie im Supermarkt in Tränen ausbrechen, weil das Lieblingsshampoo nicht da ist. Andere verspüren auf einmal ständig Heißhunger. Auf Grünkohl, auf Sex oder auf beides gleichzeitig. Klarer Fall. Schwanger. Und was ist dann die erste Amtshandlung? Man holt sich natürlich Berge von Ratgeberliteratur. Das Schwangerschaftsbuch, das andere Schwangerschaftsbuch oder das ganz andere Schwangerschaftsbuch. Und überall steht dasselbe drin. Diese neun Monate seien die wundervollste und intensivste Zeit des Lebens, ein mystisch aufgeladener Ausnahmezustand, in dem die Frau rosige Bäckchen bekommt, einen milden Blick und sich weiblicher fühlt als Harald Glöckler und Jorge González zusammen. Ich frage mich nur eins. Warum bekommt man die feierliche Botschaft, dass man in den erlauchten Kreis der Gebierenden aufgenommen ist, nicht bei Sonnenaufgang von einer zierlichen Elfe zugeflüstert, sondern liest sie von einem vollgepissten Papierstreifen ab? So geht's doch schon los. Mit der Schwangerschaft ist es offenbar ein bisschen wie mit der Joghurtwerbung. Im fröhlich-bunten Fernsehspot hüpfen immer taufrische Himbeeren jauchzend in eine strahlend weiße Creme. Aber wenn man die Sorte dann kauft und den Deckel aufweist... ... Untertitelung des ZDF, 2020